Trotzdem kommt Harald Schmidt jetzt auf die Bühne. Es ist aber auch nicht so, dass der Bundeskanzler nicht kommt. Es ist allein so, dass der Regierungsflieger ein bisschen Verspätung hat und gerade gelandet ist und der Bundeskanzler jetzt noch hierher fahren muss. Und um Sie nicht zu lange warten zu lassen, machen wir jetzt, und ich sage es ungern, brauchen wir einen Pausenklauen. Genau, und da ich merke, dass sich das hier langsam totläuft. Na, Moment. Da muss ich sagen, Hut ab, das ist eine tolle Poete, weil ich habe Sie heute Morgen mit Sebastian Kurz gesehen. Ich habe das heute Morgen wahnsinnig genossen, Sie und der Kollege Simon Strauß. Sie waren sehr gut vorbereitet, Sie waren sehr hart, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man schreibt oder ob man das jemand fragt, der mit allen Wassern gewaschen ist und der mustergültig war, das zu lernen. Der Einstiegssatz von ihm war immer, kann man so sehen, aber. Kann man so sehen, aber. Und dann gibt es ersten, zweiten, dritten. Lassen Sie mich bitte jetzt noch vierten, fünften sagen. Genau. Das war, das war, es ist, es ist ein Unterschied, ob Sie so einem abgezockten Politprofi gegenüber sitzen oder bei Maischberger dir Stichworte geben. Ja. Ja. Okay. Also, jetzt herzlichen Dank, Herr Schmidt. Das ist... Ja. 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 Du hast es.